Auf die Plätze! In Schortens haben am Freitag die Landesmeisterschaften der DLRG-Jugend Niedersachsen begonnen. Zu den Disziplinen gehört der Staffelwettbewerb mit der Rettungspuppe. Rund 1350 Jugendliche werden hier von gut 350 Betreuern und Helfern begleitet. Untergebracht wurden die Schüler in den umliegenden Schulen. In der IGS an der Beethovenstraße wurde die Pausenhalle in eine große Mensa umgebaut. Im Obergeschoss der Schule gibt es Freizeit- und Informationsangebote für die jungen Rettungsschwimmer. In einem provisorischen Kino werden aktuelle Filme gezeigt, es wird gebastelt und Musik gehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017